Hey, hey! Sieh dir den mal an. Frag mich, was der vorhat. Nichts. Doch. Doch, ich hab ja so'n Gefühl bei dem Typ. Vergiss es. Nein, komm, lass uns den mal stoppen. Komm schon, Mann. Das Kennzeichen gibt's nicht, Partner. Hast du's richtig eingegeben? Ja, komm, mach die Außenwerbung an. Ja, mich informier die Zentrale. Gott. Scheiße. 6 Adam 56, folgen am möglichen Code 3 7 Fahrzeug Richtung Osten. Sunset Ecke Hobart. Verbitten Verstärkung. Fahrer ist eventuell gefährlich. Fahrzeug eventuell gestohlen. 6 Adam 56, A1 9 ist unterwegs. Steigen Sie sofort aus Ihrem Fahrzeug! Was hab ich gemacht? Drehen Sie sich um! Hände hoch! Gehen Sie rückwärts in meine Richtung! Stopp! Legen Sie sich auf den Boden! Gesicht nach unten! Hinlegen! Können Sie mir mal sagen, was ich gemacht hab? Ihre Kennzeichen sind gefälscht. Ach was, nein, das ist Blödsinn. Das ist mein Van und das sind meine Kennzeichen. Wenn Sie meine Zulassungsbescheinigung und meinen Führerschein kontrollieren, sehen Sie's. Wenn das so ist, können Sie in 10 Minuten weiterfahren. Scheiße, hey! Komm mal her, wir haben einen leblosen Körper! Oh Mann, der Typ ist echt tot. Es geht nichts über Erfahrung. Ich hab dir gesagt, er hat Dreck am Stecken. Was hab ich mit mir? Ich hab dir gesagt, er wird an dem Körper! Das ist die Welt, es ist ein löser. Ein Tag聰ur-Geräusch! Gehe, mich überrascht! Höchst das Ärger! Es geht nichts überrascht! Ich werde mich etwas überrascht!